Die Frage würde ich so beantworten, es macht immer Sinn, unser System als Plan B-System, als Safety-Overlay-System zu jeder anderen Technik, die sie sich leisten können, einzubauen. Es geht hier nicht um Entweder-Oder, es geht immer darum, dieses zusätzlich zu einem System ihrer Wahl zu betreiben und damit die möglichen immer noch vorhandenen Schwachstellen anderer Systeme, kein System der Welt ist perfekt, dann durch ein unabhängig davon agierendes System abzudecken. Der große Mehrwert kommt durch die Unabhängigkeit.